So Freunde, Kameraden, wir gucken uns jetzt auf Community Wunsch den Papers, Please Short Film an, weil wir ja jetzt Papers, Please durchgespielt haben. Was heißt durchgespielt? Wir haben halt einfach jetzt das Ende gefunden von Papers, Please. Und jetzt auch gerne im Kino-Modus, dann muss ich den, ich glaube den Chat mache ich kurz weg, ich glaube den Chat mache ich kurz mal weg dafür, sehr gut. So, sehr schöner Kurzfilm, sagen Sie, ich verstehe, na gut. Das ist aber kein Gewehr. Oh, das Familienbild, das haben wir auch gefunden. Wir haben aber eine große Nase. Ich wollte gerade sagen, ich glaube wir brauchen Untertitel, oder? Naja, okay. Also, das haben wir schon. So, jetzt aber. Herr Wachtmeister. Elisa wird kommen. Oh, Elisa. Oh, nicht so. Schönger, 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 Schönger. Schönger, 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 Schönger. Schönger, 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 Schönger. Schönger, 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 Schönger. Schönger, 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 Schönger. Dieser Kurzfilm hat bestimmt mehr Geld gekostet als das ganze Spiel. Wett ich mit euch in der Produktion. Der Film ist richtig aufwendig. Das finde ich total super. Wenn nur jedes Spiel so einen coolen Clip hätte. Ohne Spaß. Hi, Lisa, da kommt sie. Ich habe Sergei. Ich habe gesagt, ihr könnt euch helfen. Ein wirklich hübsches Kind eigentlich, ne? Komm schon, tue es, du willst es doch auch. Das hatten wir aber nicht. Er hat den roten genommen. Er hat den roten genommen. Ach, das ist ein Fanmade-Kurzfilm. Er hat den roten genommen, du bist doch ein Spasti. Macht man doch nicht. Immer gegen das System, immer. Das hat es ihm gegeben. Jetzt fängt er doch an zu heulen. Echt, Spasti. Ein Token. Ja, selbst diese Passpots sind total gut gemacht, finde ich. Das ist ein ganzes Mal. Das war's für heute? Meine Frau hier leben. Ich habe hier drei Jahre nicht gesehen. Was ist die ganze Zeit? Ein paar Stunden. Ich bin nicht mehr, aber dann muss ich nach vorne gehen. Willkommen bei Zwarstotzka. Danke, Herr Peter. Meine Frau kommt mit mir. Sie sind nicht so stark. Sie schützt mich. Und dann wird sie nicht in die Nacht. Ja, das kenne ich auch. In mir ist jetzt mein Mann. Ich hoffe, dass du nicht sehr gut bist. Und die darf nicht rein. Ich werde dir eher den Knight. Oder er lässt sich diesmal weichklopfen, weil er gleich auf das Token guckt von Elisa. Lässt sich jetzt weichklopfen und kriegt dann aber richtig fett vom Mysterium einen ins Gesicht getreten. Kann mir auch vorstellen. Oder er macht jetzt Fingerabdrücke. Das kann auch sein, hast recht. Oh, Asurax, herzlich willkommen im Stream. Die ich noch gar nicht gesehen. Sorry. Na, er guckt aufs Token. Okay, und? Er hat grün gemacht. Und ich wette, jetzt kriegt er einen reingewirkt. Ganz bestimmt. Das wäre hilfreich. Okay. Hat sich die Frau gesprengt? Wo ist das Telegramm? Genau. Hat sich die Frau weggesprengt jetzt? Ja, ich glaube schon. Das ist ein ziemlich cooler Film. Kann ich, kann ich, gibt es den zweiten Teil? Gibt es den zweiten Teil davon? Das wäre super geil. Aber gut, okay. Sag die Kränze doch was? Nee, leider nicht. Also, gibt es den zweiten Teil? Wenn ja, dann gucken wir da jetzt. Wenn nicht, dann finde ich es echt schade. Dann müssten wir unseren eigenen zweiten Teil drehen wahrscheinlich. Danke, dass ihr mir das gezeigt habt. Das ist ja super geil. Ohne Spaß. Machst du jetzt YouTube-Trade? Machst du jetzt YouTube-Trade? Eigentlich nicht. Also, eigentlich haben wir jetzt gesagt, da wir gerade Papers-Peace abgeschlossen haben, gucken wir uns jetzt den Kurzfilm an. Und dann fangen wir jetzt an mit Richard, weil wir gesagt haben, wir wollen jetzt Richard spielen. Aber ab und zu in den Streams machen wir auch mal Reactions. Ja, definitiv. Ja, definitiv.